Ich bin gleich da. Aber das hab ich oft gesagt. Weil ich schon Wasser koche. Echt? Was ist denn jetzt los? Was zum Teufel ist das? Ey, das geht jetzt nicht. Mein Teil ist meiner Talle beladen. Awww Oh Gott. Was hat das denn? Du Schwein. Leise. Tete Jungs, Mädchen grübsen auch. Endlich. Mädchen machen schon was schnell.